herzlich willkommen zurück zu infamous second zone der zweite sohn so da haben wir und da haben wir auch noch es ist ja mit der musik los wussten die musik so leise 19 scherben haben wir oder müssen wir mal hier da müssen wir mal können wir gar nicht mehr böses kammer benötigt erhöhen sie die schüttliche wirkung dass der aschen explosion gutes kammer ich weiß halt nicht ob das böse stärker ist oder nicht ist halt sehr schwer böses zu kriegen sage ich mal eigentlich wollte ich doch nach der musik gucken gucke ich noch mal kleidung so dann haben wir da haben wir noch eine akte die wir suchen müssen beziehungsweise eine audioaufnahme ach ja toll zack wo ist die drohne da unten meins so die nächste ist gerade eine straße weiter da können wir auch dann die audioaufnahmen noch alle sie ja schon drogen die verhindert bist du des wahnsinns was elender der hat überlebt so denk mal nach sposte so hey komm her du bleibst jetzt liegen ach da sind ja nochmal zwei wo willst du denn hin ich habe auch noch was für dich entspann dich entspann dich entspann dich entspann dich ach gut hopp so audioaufnahme so audioaufnahme ja komm ja da so audioaufnahme 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 audioaufnahme so audioaufnahme so audioaufnahme so audioaufnahme Ich will die Radar-Dingens erst zerstören. Noch jemand? So, wo ist das zweite? Hier. Und ab dafür. Wee! Oh yeah. Alles kaputt. Da ist irgendeine Person. Komplett markiert. Ach schau mal da. Ach dafür hätte ich mir den Orbitalflug aufsparen sollen. Kacke. Nicht so hastig. Du bist mir. Hier. Ah. Noch jemand? Komm schon. Komm schon. Wo ist der andere? Danke. So. Jetzt wird mal klar Schiff gemacht. Alles. Für Schottland. Und tschüss. Und der letzte. Wunderbar. Wunderbar. So. Ah. Ah. So. Erstmal Rauch aufladen hier. Splitter 1. Splitter 1. Splitter 1. Splitter Nummer 2. Und Splitter Nummer 3. Okay. Äh. 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 Und da auch noch. Äh. Ist dat net schön. So. Sonst haben wir nur hier Cameras. Kaput. Ah. Jetzt haben wir wieder diese scheiß Drohnen. Ups. War ich das? Oh. Das tut mir aber leid. Au. Drecksack. Wo ist die Drohne? Ich habe doch gerade eine Drohne gesehen. Da. Meine. So. Da haben wir noch Mr. Stein. Nein. Ich brauche Sichtkontakt. Wir sind wieder an ihm dran. Halt. Das. Maul. Ha. So. Da hinten haben wir ein Graffiti. Und jemand können wir da auch noch befreien. So. Da hinten haben wir ein Graffiti. Ah. Mist. Na gut, dass LeFloid so gut äh. Heißt er so? LeFloid? Ich weiß gar nicht den Namen. Weiß ich gar nicht mehr. Happy Birthday. So. Oh, ich bin ja hier. Oh, ich bin ja hier. Uiuiui. Und tschüss. Schnell weg. So. Das sammeln wir wieder ein. Ach. Tschüss. Und tschüss. Ah, du ergibst dich. Das ist aber nett. Gegeben. Hm. Na komm her mein Freund. Nanu. Wie ging das denn? So. Dann haben wir noch einen Chip. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-chap. Wer kennt das noch von euch? Ich hoffe noch ein paar. So. Flower Power. Ja. Achso. Schütteln. The topic vergessen. Äh. Wo ist mein Cursor? Da. Ich will schmutzereigentum. Hä? Das Graffiti war nicht mehr fertig. Jetzt habe ich da einen halben Arm. Äh. Da. 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 Und da. Da. Ey. Das ist mein Highlight hier. Mit dem Sprühen. Das macht so Spaß. So. Zack. 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 So. Ah. Das wird einer von der DUB. War eigentlich klar, oder? Ja. 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 Ach. Ach schön. Flower Power. Süß. So. Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Granate. Ups. So. So. Die OB. Die Antennen machen wir als letztes. Nigger. 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 Ups. Zu viel Nigger, oder? Au. Geh jetzt ein bisschen mal hinne machen. So. Du Drixacke gibst dich. Da kann ich. Da kann ich rein. Hui. So. Wo ist das DUB Teil? Da ist es. Moin. Und tschüss. Ach. Wie geil das aussieht. Ah. Bäm. Geil. So. So. Ich habe gehört, du willst dich ergeben. So. Du auch. Was. Du auch. Ach. Das ist aber nett. Ei. Ganz ruhig, Freunde. Wir können doch über alles reden. Nichts da. Kannst dir knicken. Oh. Ich brauche Rauch. Ups. Alter. So. Ganz schnell. Nex. Antenna. Ja. 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 Und. Ja. 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 Hm, oh, Lebensenergie. Super. Hallo? Ist noch jemand da? Hallo? Da haben wir noch einen MG. So, mitten im Gefecht sprühen wir jetzt erstmal ein Graffiti. Wie bei der Engländer T-Time, deswegen machen die auch kein Krieg mit. So, Nummer 1. Äh, achso. Ups. Sieht aus wie eine Frau. Kaput. Schön. Was soll das denn dastehen? Muss der auf Klo, oder? Ja, der muss doch auf Toilette, oder? Oder haben wir dem in die... Naja, Weichteile getreten. Ja, der muss doch nicht sein. Super. Schön. Geil. So, gut. Und den Mega-Computer hier machen wir dann mal in der nächsten Folge, futsch, ne? Tricks, äh, gesindelne...